Mitte Mai 2017 hat das steirische Unternehmen Aztek seine Kunden erneut zu einem ganz speziellen Event in die Hellsklamm geladen. Und wer 2016 schon dabei war, wusste, dass diese Location in Verbindung mit den Fahrzeugen der Firma Aztek jedes Offroader Herz höher schlagen lässt. Tolles Gefühl, mit so einem Auto da im Gelände zu fahren. Traumhaft. Gescheidnässig. Wie war's? Ja, genial. Ganz nach dem Motto Puch Legends Never Die hat sich alles um den Puch G und den Puch Pinzgauer gedreht. So wurde das von Steyr Motors und Aztek entwickelte RepowerPack für beide Fahrzeuge vorgestellt. Natürlich sind auch die Experten von Aztek und Steyr Motors für Fragen rund um die Produkte und Fahrzeuge zur Verfügung gestanden. Da das Fahren bei so einem Event keinesfalls zu kurz kommen darf, hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihrem eigenen Fahrzeug ausreichend Zeit, die 200 Hektar Forst und 10 Hektar Trialzone der Hellsklamm auszukosten. Genug Schlamm ist da. Genug ist es auch. Wie habt ihr das gemacht mit diesen Idealbedingungen da? Wir wollen jetzt mit der Gelände fahren gehen. Das sind die Praxis am Zeitpunkt. Da wird viel Spaß haben. Absolut geil. Sehr geil. Sehr geil. Das Gelände und das Wetter ist top. Perfekt. Der Abschluss vor dem Mittagessen war Hammer. Wahrscheinlich ist es Braten war sehr gut. Und für alle, die noch keinen eigenen Bruch zu Hause haben, aber trotzdem gerne damit fahren, hat Aztek, firmeneigene Bruch G und Pinzgauer für Probefahrten mit Instruktoren bereitgestellt. Wunderbar. Schönes Gelände, guter Guide, tolles Auto. Hervorragender Tag. Mit Instruktor, richtig im Gatsch, auch schön steil bergauf über die Schotterpiste. Ja, super. Komplett durchgeschüttelt von oben bis unten. Gelände ist Neuland für mich. Ich bin schon ein bisschen im Radizirkus verlebt, aber Gelände ist Neuland und es macht narrisch Spaß. Abgerundet wurde der Tag durch gemütliches Beisammensitzen, pokigem Fachsimpeln und guter Verpflegung unter freiem Himmel. Verbunden mit der Vorfreude auf ein Wiedersehen 2018. Damit, wenn es den Tag durchgefüttet, wird der Tag durchgefüttet, wird der Tag durchgefüttet.